Eine aus Sicht vieler Kritiker regelrechte Freakshow gegen die AfD ging jüngst im zwangsfinanzierten NDR über die Bühne. Unter dem Titel »Die 100 ist die AfD eigentlich ein Problem« wurden Pro- und Kontra-Themen zur AfD behandelt. Man kann sagen, die Erziehungsdiktatur produziert Erziehungssendungen. Schauen wir uns einen Einspieler einmal näher an. Alles nachverfolgt und dann kommt mir darauf andere Gedanken. Deswegen haben Sie sich dann hierher gestellt. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf diese Seite gekommen. Interessant ist, wer Michael Schleiermacher, der in dieser Sendung so ganz plötzlich seine Meinung ändert, eigentlich ist. Er ist als Bürokaufmann geinsertet. Doch ist er das wirklich? Wohl kaum. Zumindest sagt sein Instagram-Account etwas anderes. Denn bei Michael handelt es sich um einen Komparsen, Kleindarsteller bzw. Protagonisten. Hat sich der NDR etwa Komparsen eingeladen und bezahlt, um in dieser Sendung die Zuschauer zu manipulieren? Interessant ist ja auch der Nachsatz von Moderator Ingo Zamperoni. Hören Sie. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf diese Seite gekommen. 100 Komparsen wären vielleicht doch etwas zu auffällig gewesen. Offensichtlich waren auch normale, nicht gekaufte Menschen in dieser Sendung zu Gast. Menschen, die sich trotz der vorgegebenen Meinung der Sendung nicht beeinflussen ließen. Wo standen Sie zu Beginn der Sendung? Ich stand auch hier. Dann haben Sie die Position ja gar nicht so verändert. Nein, aber ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Nämlich? Ja, ich meine, ich weiß, dass die AfD extrem ist, aber ich wähle sie trotzdem und das ist Protestwahl. Ich höre auch immer nur, die fremden Menschen haben Angst. Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben. Also ich traue mich bei mir, zu Hause kommen auf die Straße. Da fragt niemand danach. Es geht nur immer um Migration. Haben Sie da mal was erlebt auch oder ist das eher auch eine gefühlte Angst? Also nicht direkt, aber es macht mir Angst, wenn also wirklich Trauben von Menschen entgegenkommen, auch nicht ausweichen. Und wie gesagt, deswegen gehe ich kaum noch auf die Straße. Interessant sind auch die angeblichen Journalisten Anna Planken und Tobias Krell, die gemeinsam mit Moderator Ingo Zamperoni durch die Sendung führten. Im Schlussplädoyer machte Krell keinen Hehl aus seiner linken Gesinnung und hetzte noch einmal gegen die AfD. Und einer von ihnen hat es vorhin sogar gesagt, dieses Haus der Demokratie, das sie zusammengebaut haben, das stürzt nicht einfach so zusammen, aber es bröckelt vielleicht einfach schneller, als man so denkt, wenn die AfD weiter an Einfluss gewinnt. Und eins spüren ja viele jetzt schon, nämlich die Aggression, der Hass, Missgunst, der in unsere politische Diskussionen eingesickert ist. Und ich finde, das macht unsere Gesellschaft verbitteter, wütender und am Ende auch weniger lebenswert. Und deshalb ist die AfD schon jetzt ein Problem für die Demokratie und zwar ganz ohne zu regieren. Die Angst der etablierten Parteien sowie Systemjournalisten ist mittlerweile so groß, dass sie derartige Erziehungssendungen produzieren müssen und damit hoffen, das Ruder noch herumreißen zu können. Zahlen muss diese Propaganda allerdings jeder. Fazit, lassen Sie sich nicht veräppeln.